Wir hatten heute in der Ratssitzung eine gemeinsame Resolution zur Ablehnung der CO-Pipeline. Wir haben große Sorge, dass diese Pipeline, die ein hochgiftiges, geruchloses Gas transportiert, was also sofort tödlich wirkt, wenn es austritt, sehr gefährlich hier in unserem Stadtgebiet für die Bürgerinnen und Bürger ist. Wir haben dazu eine gemeinsame Resolution, die nochmal die Gefahren auch beschreibt und die Stadtverwaltung auffordert, dagegen Einspruch einzulegen. Wir haben vorab nochmal sehr eindrücklich auch beschrieben bekommen, was für Gefahren ausgehen, zum Beispiel, dass rostige Rohre verbaut werden, die also nicht mehr sicher sind, dass die Pipeline überhaupt nicht richtig gekennzeichnet ist und so also zum Beispiel auch bei Vandalismus oder bei versehentlichen Eindringen in den Boden, also diese zerstört werden kann, was dann zum sofortigen Austritt des Gases führt. Also so kann man wahrhaftig nicht planen und mit der Gesundheit der Menschen umgehen und wir hoffen sehr, dass wir wirklich diese Pipeline noch verhindern können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.